Hallo und willkommen bei HardwareRat. Hier das Update des 800 Euro Gaming Computers September 2015. Als Prozessor der Intel Xeon E3 1231 V3 mit 4x3,4 GHz. Er hat einen Turbo-Takt von 3,8 GHz, 80 Watt TDP und er hat Hyperthreading, was bedeutet jeder kann an zwei Threads, also ein theoretischer Achtkerner. Im Prinzip ist es ein i7 ohne integrierte Grafikeinheit und er reicht für alle derzeitigen Games natürlich locker aus und es sollte für Gamer die nächsten 3-4 Jahre ohne Probleme ausreichen. Als Kühler der LC-Power Cosmocool LC-CC120, erst mit dabei, damit der Prozessor gut und leise gekühlt wird. Dann als Mainboard, dass er SROG B85M Pro 3 mit dem Intel B85-Chip-Satz. Es hat USB 3, S8H3, 4D3 RAM-Bänke, Pisa Express 3.0, 1.5.1 Soundchip Und am IO-Panel 2x PS2, VGA, DVI und HDMI, diese Grafikanschlüsse des Mainboards können allerdings nicht genutzt werden, da der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, 4x USB 2, 2x USB 3, eine LAN-Buchse und 3 3,5 mm Klinken für den Soundchip. Und als Arbeitsspeicher 8 GB Kuschel Ballistics Board, DDR3 1619 recht flott, Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Channel-Modus benutzen und 8 GB sind der Zeit für Gamer mehr als genug. Als SSD die 128 GB ADATA SP900. Es ist eine normal schnelle SSD und 128 GB reichen aus für das Betriebssystem und alle Programme. Dann als Festplatte eine 1 TB von Toshiba. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1 TB sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Dann als Grafikkarte die 4 GB Sapphire R9 380 Nitro. Es ist eine übertaktete Version der R9 380, trotzdem bleibt sie dank ihrem guten Kühler recht leise. Mit ihr soll man dann die meisten derzeitigen Spiele auf mindestens hohen Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil das 400 Watt LC-Power Gold. Es hat 80 plus Gold, was energiesparend ist und 400 Watt sind für den PC genug. Dann noch ein DVD-Brenner von Light-On. Und als Gehäuse das Sharkoon VS4V. Es ist ein Gehäuse mit sehr viel Platz für Komponenten, außerdem ist ein 120mm Lüfter bereits vorinstalliert. Aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional, falls man den PC nicht selber zusammenbauen möchte, kann man ihn auch für 26,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als vor Monat ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führte ich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.